Hi und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Wie ihr den Videotitel schon entnehmen könnt, habe ich mich nun endlich entschieden, wie ich mit diesem Kanal hier weiterverfahren werde. Aber mehr dazu dann wieder draußen. Ich glaube, irgendwas ist hier auf der Linse. Oh, wir sind ja in der Natur. Ja, ich weiß, ich kann nicht schauspielern. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Ich habe mich entschieden, wie ich mit dem Kanal hier weiterverfahren werde. Ich werde Unboxing Satox, Parkaktuell TV und der Kelle zusammenlegen. Aber Achtung, ihr müsst euch das gucken, was ihr nicht sehen wollt, denn wie schon angekündigt, werde ich eine visuelle Trennung vornehmen in Form der Thumbnails. Und zwar wird Unboxing Satox immer einen orangenen Rahmen bekommen, Parkaktuell TV einen lila Rahmen und der Kelle einen blauen Rahmen. Und die Beispiele habt ihr jetzt eingeblendet gesehen. Das heißt, dann wisst ihr immer, was für Inhalte euch quasi erwarten. Und ja, war Gaming, werde ich extra lassen. Und ich werde auch den Kanal jetzt umbenennen. Und zwar nicht mehr Unboxing Satox, sondern einfach nur noch der Satox. Und könnt gerne mal eure Meinung zu der Entscheidung in die Kommentare posten. Das heißt jetzt nicht, dass es wirklich ewig so bleiben wird. Ich will es jetzt einfach erstmal ausprobieren. Und News und so weiter werdet ihr dann übrigens auch immer noch auf parkaktuell.de finden. Könnt da gerne mal vorbeischauen. Link in der Videobeschreibung. Und zu guter Letzt noch der Trailer. Und dann sage ich euch schon mal Tschüss. Bis bald. See you. See you on the other side. Stay blind. Stay blind. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ein letztes Wort noch. Re-Uploads wird es geben, aber nicht von allen Inhalten. Also dann, ciao!